Warum ist eine Keyword-Analyse eigentlich so wichtig, wenn man in Suchmaschinen gefunden werden möchte? Fragen wir doch einmal Frau Schmidt. Sie betreibt eine Malwerkstatt in einer Kleinstadt und würde ohne Suchmaschinen nur schwer gefunden werden. Frau Schmidt erklärt uns, dass manche ihrer Kunden im Urlaub bei Regen nach Indoor-Aktivitäten suchen. Andere suchen nach einem tollen Programm für einen Kindergeburtstag. Wieder andere leben in der Stadt von Frau Schmidt und möchten vor Ort einen Malkurs belegen. Um nun gefunden zu werden, möchte Frau Schmidt möglichst alle Suchbegriffe kennen, die ihre unterschiedlichen Kunden bei Google eingeben. Um das herauszufinden, nutzt Frau Schmidt viele unterschiedliche Methoden. Nachdem Frau Schmidt viele Begriffe gesammelt hat, führt sie eine komplette Keyword-Analyse durch. Und woher Frau Schmidt das alles weiß? Natürlich aus dem MOOC Suchmaschinen-Marketing der Fachhochschule Lübeck mit Prof. Dr. Horster. Hier lernen kleine und mittelständische Unternehmen alles, um eine Keyword-Analyse selbst erstellen zu können. In diesem Kapitel wird zum Beispiel thematisiert, was Keywords sind, wie man diese findet und wie ein geregelter Ablauf einer Keyword-Analyse aussehen sollte. Worauf warten Sie also noch? Starten auch Sie gleich jetzt mit dem MOOC Suchmaschinen-Marketing und machen Sie sich fit für die Werbung im Internet.